Hallo, mein Name ist Claudia, ich bin die Support- und Community-Managerin von Feminize. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du dich bei Feminize mit deinem Smartphone registrierst. Zunächst lädst du dir über den App Store die Feminize-App auf dein Smartphone. Um dich nun bei uns zu registrieren, gibst du zuerst deinen Namen und Vornamen ein. Dann vergibst du deiner Familie ein Familien-Login. Mit diesem Familien-Login können sich alle Familienmitglieder anmelden. Nehme hierfür den Namen Müller, wenn ihr die Familie Müller seid. Nun gibst du deine E-Mail-Adresse an. Um sicherzustellen, dass deine Nachrichten von Feminize auch bei dir ankommen. Vergib nun dein persönliches Passwort zum Zugang zu Feminize. Jedes Familienmitglied erhält ein persönliches Passwort auf seinem Mobilgerät. Das Familien-Login und dein persönliches Passwort gewährt dir nach der Registrierung auch den Zugriff auf dein Konto am Computer oder Tablet. Du erklärst dich mit den AGBs einverstanden und landest bei uns in der Feminize-App in den Familiennachrichten. Wie du sehen kannst, hat dich auch schon die erste Nachricht von Feminize erreicht. Am besten fängst du gleich damit an, noch weitere Profile hinzuzufügen, damit ihr gleich mit dem Austausch von Nachrichten beginnen könnt. Hierzu benutzt du den Button oben links. Er bringt dich in die Funktionsübersicht von Feminize. Hier findest du unsere Module und unter anderem unser Modul Profile. Klickst du dies an, so gelangst du in das Familienprofil. Um es zu ändern, gehst du oben rechts auf den Editier-Button. Nun kannst du ein Familienfoto hinzufügen, indem du es aus deiner Galerie auswählst oder mit der Kamera aufnimmst. Du kannst das Familienlogin, das du bereits bei der Registrierung vergeben hast, hier noch einmal ändern. Du gibst deine Adresse ein, unter der deine Familie zu erreichen ist. Und vergiss nicht, deine Eingaben zu speichern. Oh, und was ich vergessen habe. Deine Telefonnummer hinzuzufügen wäre auch sehr wichtig, damit du alle Funktionen der Feminize-App nutzen kannst. Und wieder das Speichern nicht vergessen. Wir können gleich noch weitere Familienmitglieder anlegen, wie zum Beispiel unseren Partner, hier den Peter. Er hat die Familienrolle Vater. Wir geben sein Geburtsdatum ein und speichern dieses wieder. Um Peter an dieser Stelle einladen zu können, ist es ganz wichtig, seine E-Mail-Adresse hier anzugeben und das Ganze wieder zu speichern. Nun können wir Peter zu Feminize einladen, indem wir oben in der Mitte auf den Brief klicken. Willst du Peter eine Einladung zur Feminize schicken? Diese Frage beantworten wir mit Ja. Okay, Feminize hat eine Einladung an Peter versandt. Dein Mann hat nun eine E-Mail von Feminize erhalten zum Herunterladen der Apps und den Daten zum Anmelden, damit auch er gleich loslegen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß bei der Benutzung von Feminize. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.